Musik Aufgepasst, es gibt etwas zu gewinnen. Ja, diesmal Hyaluron. Das ist ein Wirkstoff, den kennt natürlich jeder schon irgendwie, aber er kann unglaublich viel. Er macht einiges. Es geht um das ganz große Thema Haut. Wir sind bei der Stadtapotheke in Saarbrücken. Frau Hassan, ist es eigentlich gedacht für Oktober? Wir drehen jetzt im Juni. Noch ist warm? Ja, noch ist warm, aber die Haut braucht ihre Pflege. Und heute verlosen wir eine wunderbare Körperlotion von der Firma Medifarm. Die kennen wir. Das ist die Firma, die auch im letzten Jahr den großen Wirbel über den Mascara gemacht hat und den Wimpernbooster. Die hat jetzt eine Körperpflegeserie mit Hyaluron, kennen wir aus der Gesichtspflege, boostert die Haut auf, macht sie glatter, spendet Feuchtigkeit. Das ist aber nicht alles. Wir haben hier auch noch 10% Urea, auf Deutsch Harnstoff, enthalten. Dieser Harnstoff hat die Fähigkeit, eben die Feuchtigkeit in der Haut zu binden und ihr auch Feuchtigkeit zu geben, sodass da, wie hier steht, 48 Stunden ein gewisser Speicher entsteht. Die Haut wirkt noch glatter und die Spannungsgefühle gehen damit wirklich total verloren. Ja, es wird ja andauernd irgendwas durchs Dorf getrieben, sage ich jetzt mal. Die Sachen funktionieren recht gut und sie entspannen wirklich. Ja, auf jeden Fall. Also das wirkt auf jeden Fall und es ist auch eine leichte Konsistenz. Man fühlt sich also nach dem Duschen nicht unbedingt so klebrig oder babbig, sondern es ist wirklich so, dass das gut einzieht und man den Effekt direkt spürt. Wann sollte man denn anfangen mit effektiver Hautpflege? Es kann nie früh genug sein. Also ich sage immer, eine gepflegte Falte sieht schicker aus als eine ungepflegte. Von daher, ich würde sagen, ab 20 kann man schon mit leichten Pflegeprodukten anfangen. So, dann müssen wir mal ganz kurz aufklären. Das heißt, das zieht in die Haut ein und das gibt der Haut so ein bisschen mehr Feuchtigkeit? Feuchtigkeit gibt es durch den Harnstoff und dann das Hyaluron, was drin ist. Das ist noch so ein Booster für die Feuchtigkeit und dass die Haut auch glatter aussieht. Das Ganze gibt es bei euch. Ja, wir stehen hier in der Bahnhofstraße. Stadtapotheke, es gibt es zu gewinnen. Wir haben es insgesamt fünfmal, stimmt das? Fünfmal heute. Ja, wir sind sehr, sehr großzügig. Also heute nicht nur ein Gewinn, sondern fünf Gewinne. So, machen wir ein bisschen Werbung. Ja, da ist sie, die Stadtapotheke. Es gibt ganz besondere Öffnungszeiten hier, oder? Ja, montags bis freitags sind wir für Sie da von 7.45 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag sind wir für Sie da von 8.30 Uhr bis 19 Uhr. Ja, wir sagen es trotzdem mal, wo die Stadtapotheke ist. Hier vorne ist die Karstadtpassage. Dahinten ist der Karstadt, also mitten in der Bahnhofstraße. Am Ende der Fußgängerzone gegenüber von der Alex Prasserie finden Sie uns. Und wenn Sie in der Stadt sind, einmal kommen Sie bei uns vorbei. Ja, ist es hier, Luron. Ja, das Ganze fünfmal zu gewinnen. Auf ins Internet, auf die Seite von Ed Saarland. Und ja, alles steht beschrieben im Gewinnspiel. Und vielen Dank, Frau Hassan. Bitteschön. Bitteschön.